Donnergemähen Was für eine anstrengende Bühne hab ich gelegt. Tag aus, tag ein auf der Reise. Leicht, leicht, zeitig aber vergaß er nicht, sich zwischendurch daran zu erinnern, dass viel besser als er zweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Überlegung sei. Herr Zamba, was ist denn los? Als Gregor endlich glücklich mit dem Kopf vor der Türöffnung war, zeigte es sich, dass sein Körper zu breit war, um ohne weiteres durchzukommen. Buffet, Kachelofen, Sekretär. Und schluchzen geschüttelt, bearbeitete mit ihren kleinen Fäusten den Tisch und Gregor schluchzte, dass es keiner einen Bühne in die Tür zu schließen würde. Untertitelung im Auftrag des ZDF,